Auf jeden Fall, mal sehen wir, dass der Partner popt. Ich masturbiere natürlich nichts, ich bin schon da. Ich darf nur mein Leben masturbieren. Heute masturbiere ich nicht. Richtig jetzt. So, jetzt freien wir dich. Ein Stück. Wie ist das? Wie bist du mit deiner roten Hose, du hast denn eine schöne rote Hose? Ich habe meine rote Hose, die schöne dabei. Was sehen wir, wenn du dich reinpackst, dann fällt ein Barsch. Was? Genau. Wir müssen gerade beobachten, sie wollten sich gerade etwas zur Ruhe setzen, wollten vielleicht auch ein Bierchen trinken und dann wurden sie schon wieder aufgefordert, auf Spielfeld zu gehen. Das kann ich euch schon mal sagen. Seid ihr damit erstmal zufrieden, Mädels? Gerade so? Okay. Ich habe doch nichts davon, ich gebe es ja nur weiter. Wir haben die Sache erhöht auf drei Flaschen. Passt das? Okay, gut. Aber wir kommen mit drin zum Spiel. Spaß für sein, auch dazwischen. Das war ein geiles Ding, man. Er hat gesehen, dass der andere geträumt hat. Hat darauf gewartet, dass er falsch reagiert und hat sich den Ball wieder geschnappt. Das war cool, Junge. Aber wir zählen uns bei dir. Und 1 zu 0. 1 zu 0 für das Spielfeld. Und Cut. Ja, das Hildern macht YouTube weg. Wie er sein eigenes YouTube-Programm zu Hause hat, ganzes Zimmern weglassen. Wackelt halt das Bild, der Rahmen ist drum, aber das Bild bleibt stabil. Servus ihr beiden. Salüchen, Salüchen. Bisschen gestorben habe ich erst gemerkt. Salüchen habe ich noch rausgebracht. So eine Ecke mache ich noch. Ja, der war nicht schlecht. Hinten erfassen. Also im Spiel wäre da schon gefährlich für Torsten. Goldi. Badmatt Goldi, so wie es heißt. Rüchter, rüchter, cool. Rüchter! Rüchter, rüchter! Weitere! Rüchter, rüchter! Rüchter! Hilfen! Rüchter, rüchter! Rüchter, rüchter! Rüchter, rüchter! Lied. Läger, klebe. Ne, das nicht. Jetzt! Das ist es. Oh, ich hab's gedacht. Und auch mal rechts vorbei, ne? 1 zu 0 im Spiel. Ich lass mich überraschen. 1-2-1, los jetzt! Genau, also zumindest haben sie dann in diesem Spiel wenigstens ein Geist vor. Schade. Und ran, 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 ran! Und ran, 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 ran! Und ich hoffe, die Ischen enttäuscht uns nicht. Und ran, ran, ran! Komm, Ball holen, Ball holen, Ball holen! Keine 45 Sekunden mehr! Also lieber Hannes, wenn ich mal so in die Runde... Und ran, 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 ran! ...breit noch nichts zu sehen von dem Revolverhelden. Ich glaube, das... Geht's noch, geht's noch, geht's noch! Ganz knapp. Cool, meine Geist, komm, 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 zurück! Zurück, 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 zurück! Okay. Und hier, halt dann die Musik singt hoch! Ran, 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 BERN! けれaton pad! Bei einem Eckstoß zum Beispiel. Kann passieren. Kann passieren. Okay. Sieben Sekunden. Torhüter steht aus dem Tor. Torhüter steht aus dem Tor. Torhüter. Und das war... Ja, ich zeig mich mal in der ganzen Brache. Was hast du von da drauf stehen? Man... Bin am Grillen. Keine Tipps. Bier bringen einfach nur. Hahaha. Der ist cool. Wunderbar. Schön. Und wie müsst ihr noch sagen, wie zu diesem Spiel? Nee, ich hab vorher... Okay. Was sagst du? Ich sag zu ihm, wie finden Sie dieses Turnier her? Spitze. Dass es wieder stattfinden. Was wieder? Dass es wieder stattfinden. Dass es wieder stattfinden. Finde ich auch cool. Wunderbar. Dankeschön. Dankeschön. Oh, ich muss mir hier die Mädels suchen. Na ihr beiden, was findet ihr jetzt? Wie sollen die Mädels sich schlagen? Chaka gewinnt. Chaka gewinnt. Cool. Mal sehen. Oh, sie ist schon hinterher. Cool. Und hinterher. Oh. Immer noch dran. Und zurück zum Kieber. Von hinten aufbauen. Achtung, zwei dabei im Spiel. Achtung, zwei dabei im Spiel. Dankeschön. Dankeschön. Und rein. Schön weg. Boah, jetzt. Hoch, nur noch hoch. Cool. Zack. Schön gut. Schön gut. Cool. Und schön... Oh, nee. Es war noch falsch. Und daneben. Cool. Zack. happinesschina Hitman. Und lass unsться.